Liebe Freunde des LIBORI Bierbrunnens 2020, in diesem Jahr ist durch Corona alles anders. So können wir uns leider in diesem Jahr nicht vor dem Rathaus sehen und alle zusammen anschossen. Aber schaltet zur LIBORI-Zeit 19 bis 20 Uhr ein beim Livestream auf LIBORI Digital. Hier gibt es dann täglich eine Stunde Bierbrunnen, wie ihr es kennt, mit Moderation, Interviews und selbstverständlich Verlosungen. Leider bleibt das Ausschenken des Bieres dann euch überlassen und das müsst ihr jetzt zu Hause übernehmen. Aber eure Bierbrunnenparty in eurem Wohnzimmer, im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse steht rein gar nichts im Weg. Und im Herzen stehen wir alle zusammen hier vor dem Rathaus LIBORI 2020. Prost! Auf euch!